Effizienz ist ein Schlüsselfaktor für den industriellen Erfolg. Der zunehmende, sowohl von der Technologie als auch vom Markt bedingte Innovationsdruck erfordert rationellere und flexiblere Produktionsmethoden. CAD-CAM-Systeme, CEM, ein hoher Grad an Automation und eine durchgehende Qualitätssicherung sind heutzutage unabdingbare Voraussetzungen für den industriellen Erfolg. Um mit den sich wandelnden Produktionsmethoden und Technologien Schritt halten zu können, sind neue und leistungsfähigere Konzepte, integrierte Systeme für die dreidimensionale Präzisionsmessung von Produkten und Produktionsanlagen auf allen Stufen der Herstellung notwendig. Herkömmliche Messmethoden greifen auf eine Vielzahl von Messinstrumenten zurück, von Mikrometern bis hin zu Koordinatenmessmaschinen, doch diese eignen sich nicht für die Präzisionsmessung von großen Objekten. Präzise Dimensionskontrollen wie auch das Digitalisieren von großen und komplizierten Teilen beim Automobil, Flugzeug und Schiffsbau war bis anhin zu kostspielig oder ganz unmöglich. Ebenso problematisch erwiesen sich Dimensions- und Positionsbestimmungen an Großmaschinen, Fertigungsstraßen und Industrierobotern. Große Bauteile oder Gruppen werden immer häufiger an verschiedenen Orten der Welt hergestellt. Eine dezentralisierte Produktion verlangt daher hohe Passgenauigkeiten, um eine problemlose Endmontage zu gewährleisten. Im Unterschied zu Koordinationsmessmaschinen, die stationär und daher für die Vermessung großer Objekte ungeeignet sind, fahren Sie mit den mobilen 3D-Messsystemen von Kern immer an das Objekt heran, ohne es vorher in eine bestimmte Solllage einrichten zu müssen. Die mobilen Einheiten mit zwei oder mehr Winkelmessgeräten zur Datenerfassung und Peripheriegeräten zur Datenverarbeitung sind schnell an Ort und Stelle, in kurzer Zeit aufgestellt und messbereit. Mit den mobilen, berührungslosen Messsystemen von Kern können Sie selbst komplizierte und unzugängliche Teile mit wenig Aufwand bis auf einige Hundertstel Millimeter genau messen. Ebenso unförmige Objekte im Betrieb oder während der Produktion oder unzugängliche Objekte, etwa glühende Gussstücke oder Modelle im Windkanal. Wie arbeitet das System? Von mindestens zwei frei wählbaren Messstationen aus zielen Sie die Messpunkte Ihres Objektes an und bestimmen so hochpräzis die Winkel zwischen den Messstationen und dem Schnittpunkt am Objekt. Waagrechte und senkrechte Winkel werden dann vom Computer in X-, Y- und Z-Koordinaten umgewandelt. Eine Genauigkeit von Fünfhundertstel Millimeter lässt sich leicht erzielen. Das Prinzip der Koordinatenmesstechnik mittels X- und Y-Achsen zur Definition der Lage von Punkten auf einer Ebene ist seit langem bekannt. Durch Hinzufügen der Z-Achse der dritten Dimension können auch Positionen auf dreidimensionalen Objekten definiert werden. Es gibt zwei Versionen des 3D-Messsystems von Kern. Das manuell betriebene ECDS-System für oft wechselnde Messaufgaben und das vollautomatische System SPACE für eher stationäre Messaufgaben. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Komponenten des Systems. Die elektronischen Winkelgeräte arbeiten hochpräzis und sind leicht zu bedienen. Sie zielen als Messverantwortlicher lediglich die Messmarke an. Horizontale und vertikale Winkel werden automatisch erfasst und vom Computer in Koordinaten umgerechnet. Bei der automatischen Version sind die Winkelmessgeräte zusätzlich mit Schrittmotoren, Videokamera und Laser ausgerüstet. Für alle komplexen Rechenoperationen, die Spezialfunktionen und umfassenden Anwendungsprogramme genügen bei Kern-Swiss Personal Computer. Die Software für das 3D-Messsystem von Kern ist äußerst benutzerfreundlich und für Personen ohne vorherige Computerkenntnisse ausgelegt. Als Benutzer des Systems werden Sie interaktiv Schritt für Schritt durch das Programm geführt. Sie drücken einfach auf eine Taste und die entsprechende Bedienungsanweisung erscheint auf dem Bildschirm. Dies erspart Ihnen zeitraubendes Nachschlagen in Bedienungsanleitungen. Und wenn Sie auf eine weitere Taste drücken, erhalten Sie einen Überblick und wissen genau, in welcher Programmstufe Sie sich befinden. Das modulare Softwarekonzept ermöglicht die Verarbeitung der Messdaten mit anderen Programmpaketen und Computern. Das Messsystem als Ganzes ist kompakt und leicht zu transportieren. Sämtliche Teile sind in einer fahrbaren Einheit untergebracht und schnell am Einsatzort. Das 3D-Messsystem von Kern arbeitet auch unter schwierigen industriellen Bedingungen sicher und zuverlässig. Im Automobilbau bedienen sich die verschiedenen Zulieferer des Systems zum Nachweis der Maßtreue ihrer Produkte. Die Automobilhersteller verwenden Kernsysteme im gesamten Produktionsbereich. Volkswagen zum Beispiel zur Überprüfung der Teile bei der Warenannahme. Im Entwicklungs- und Konstruktionsbereich. Zum Digitalisieren von Freiformen, zur Überprüfung der Eichlehren, in Messlabors, bei der Montage und in der Endkontrolle. Wenn Unstimmigkeiten in der Fertigung auftreten, beispielsweise bei Schweißeinheiten, wo Fehler so schnell wie möglich lokalisiert werden müssen, sind 3D-Messsysteme allen anderen Messmethoden aufgrund ihrer Flexibilität und Mobilität überlegen. Roboter können effizient kalibriert und auf ihre Positionsgenauigkeit unter einer Vielzahl von Belastungen überprüft werden, wie hier im Robotologiezentrum von Cranfield in England. Das effiziente Teach-In von Robotern im Offline-Verfahren ist nur möglich mit den 3D-Messsystemen von Cran. Die Daten lassen sich dank offener ASC2-Dateien unmittelbar nach Abschluss der Messungen mit anderen Programmpaketen verarbeiten oder in entsprechende Programmsteuerungen übertragen. Mit dem Cran-System können zwei bis acht und mehr Winkelmessgeräte gleichzeitig eingesetzt werden, was eine enorme Zeitersparnis und äußerst hohe Messgenauigkeit bedeutet, denn das mehrmalige Umstellen und Neueinrichten entfällt. Das automatische 3D-Messsystem Space von Cran wird beim Digitalisieren von Freiformen und zur Kontrolle der Oberflächenstruktur von großen Objekten eingesetzt. Zum Beispiel beim Automobil- und Flugzeugdesign, wie hier bei diesem solargetriebenen Stratosphär-Vermessungsflugzeug des weltberühmten Designers und Aerodynamikers Luigi Colani. Im komplexen Bereich des Flugzeugbaus übernehmen 3D-Messsysteme von Cran eine besonders große Vielzahl von Aufgaben. Der Flugzeugkonstrukteur Fokker im holländischen Schiphol zum Beispiel richtet seine Fertigungsmittel sowie die Qualitätskontrolle weitmöglichst auf neue Messverfahren aus. Kürzere Messzeiten, eine bessere Trendüberwachung und enorme Kostensenkungen im Vergleich zu den herkömmlichen Messmethoden sind hier die wichtigsten Vorteile. Mögliche Fehlerquellen lassen sich ebenfalls und ohne Unterbrechung der Produktion schneller bestimmen. Airbus Industries ist ein Paradebeispiel für die dezentralisierte Arbeitsteilung bei der Flugzeugherstellung. Kernsysteme werden zur Messung von Referenzpunkten an den Rumpfenden der von British Aerospace in England gefertigten Tragflächen eingesetzt, bevor diese nach Frankreich zur Montage an den Flugzeugrumpf geliefert werden. Die Passgenauigkeit der einzelnen Teile kann also vor der Montage garantiert werden, wodurch es zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen kommt. Bei British Aerospace in Brough zeigen sich die eindeutigen Vorteile der 3D-Systeme von Kern bei hochpräzisen Anwendungen. Zum Beispiel beim Kalibrieren von Eichlehren für wichtige Teile des Tragrahmens. Mit dem Kernsystem konnten die Verantwortlichen von British Aerospace die Einrichtungszeit von Eichlehren um über 80% senken. Bei sehr großen Anlagen und Stahlkonstruktionen wie Großmaschinen, Kränen, Schiffen, Zügen und Raffinerien bieten die 3D-Messsysteme von Kern neue Möglichkeiten zur Vereinfachung der dimensionalen Kontrolle bei der Produktion und Montage von individuellen Teilen. Oder beim Testen wie hier bei Fiat im italienischen Savigliano, wo Verformungen des Fahrgestells des Pendolino-Zuges in verschiedenen Positionen gemessen werden. In diesem Reaktorforschungszentrum in der Schweiz ist ein 3D-System von Kern auf festen Messbänken installiert. Die fortschrittliche Technologie von Kern ermöglicht die problemlose Installation der Messstationen unabhängig voneinander und ohne Sichtkontakt. Dadurch können sie optimal für die Messaufgabe eingesetzt werden. Im Satelliten- und Antennenbau sowie in der Raumfahrt müssen während der Montage wichtige Positionen mit extremer Genauigkeit bestimmt werden. Mit neuester Technologie produzierte Raumfahrtantennen wie diese Falt- und aufblasbare Antenne für Ariane erfordern eine absolut regelmäßige Oberflächenstruktur. Mit dem 3D-System von Kern lassen sich hunderte von Messpunkten schnell und genau ermitteln. Das Konzept der mobilen, berührungslosen, dimensionalen Messtechnik beruht auf den bewährten Methoden und Techniken der Feldvermessung. Für die Industrievermessung jedoch bedeutet dies eine neue Dimension. Kern ist seit über 160 Jahren führender Hersteller von Instrumenten und Systemen für die Feldvermessung und verbindet seit Jahren erfolgreich traditionelle Feinmechanik und Präzisionsoptik mit Elektronik und richtungsweisender Daten- und Bildverarbeitung. Darin ist auch die Stellung von Kern-Swiss als international führendes Unternehmen in neuen Anwendungsbereichen der Feldmesstechnik begründet. Aber auch in der Industriemesstechnik, der Fotogrammetrie, dem Geodatenmanagement sowie im Bereich der Optronik. Dieses hochspezialisierte Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Aarau in der Schweiz beschäftigt heute über 600 Mitarbeiter und ist in der ganzen Welt mit mehreren Tochtergesellschaften und über 120 Agenturen vertreten. Seit Mai 1988 gehört Kern zum international erfolgreichen Wild-Lights-Konzern, der jetzt Europas stärkste Unternehmensgruppe in der Optronik darstellt. Eine weitere Stärke von Kern ist die Fähigkeit, spezifische Kundenprobleme zu analysieren und zu interpretieren. Bereits in der Analysephase beginnt eine langfristige Partnerschaft zwischen Kern und seinen Kunden. Dazu gehören umfassende Dienstleistungen. Individuelle Systemanpassung, sorgfältige Schulung, Wartungsverträge sowie ein wertvoller Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Anwendern. Es ist dieses kompromisslose Bekenntnis zur Qualität, das es Kern-Swiss ermöglicht hat, die höchste Auszeichnung A von der SAQ, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung, zu erwerben. Je nach Messvolumen und Messhäufigkeit kommt für den Kunden auch eine Miete unserer Messsysteme sowie der dazugehörenden Spezialisten in Frage. Spezialisten von Kern führen jedoch nach Bedarf auch individuelle Messaufträge durch. Die Wahl lässt sich am besten durch ein Gespräch und auf Wunsch durch eine Demonstration der Einsatzmöglichkeiten am Messobjekt treffen. 3D-Messsysteme und Problemlösungen von Kern sind die klare Antwort auf die neuen Anforderungen der Industrie. Sie sind äußerst effizient, flexibel und benutzerfreundlich. Sie können gegenüber herkömmlichen Messsystemen die Kosten um 75 Prozent senken. Eine Genauigkeit von 5 Hundertstel Millimeter lässt sich leicht erreichen. Nicht-Spezialisten können das System bereits nach wenigen Schulungstagen bedienen. Kernsysteme können in den gesamten Produktionsprozess integriert werden und das bedeutet, geringe oder keine Störung im Produktionsablauf. Sie ermöglichen die Früherkennung von Fehlern, wodurch Ausschuss vermieden und die Nachbearbeitungskosten gesenkt werden. Sie stellen die Resultate während oder unmittelbar nach der Messung für nachfolgende Entscheidungen zur Verfügung. Ein umfassender Service und kompetente Partner sind integraler Bestandteil der Problemlösung und garantieren Ihnen eine effiziente Lösung für Ihr spezifisches Messproblem. Kern-Swiss ist der Partner, der über die Erfahrung, das Know-how und die modernste Technologie verfügt, die Sie brauchen, um zu erreichen, was für Sie im Kleinen selbstverständlich ist, nämlich die Perfektion im Großen.